ja einen schönen guten abend meine lieben leute wir kehren zurück zum megaman marathon ja und hiermit präsentiere ich euch den dritten teil von megaman so und wir gehen auch gleich in den auswahlbildschirm machen wir nehmen uns jetzt hier erst mal shadow man vor zum lück kenne ich den noch vom nes teil ja so gesehen wieder natürlich fast die gleichen shadow man so und hier haben wir auch direkt das feature den megabuster aber den aufgeladenen megabuster und das rutschen das heißt ja finde ich cool finde ich cool das war jetzt endlich mal vernünftig machen können ja mal gucken der presslufthammer fuzzi der hat mich hier fast erwischt na perfekt und somit können wir auch diese komischen platt hunde erreichen ich weiß nicht platt hunde ist einfach platt hunde scheiße erwischt worden ok man passiert nichts nur so sieht er doch ganz gut aus ok hier stoppt das spiel auch wieder wenn man energie sammelt also die macher die konnten sich nicht wirklich entscheiden ob das ein gutes konzept gewesen ist so kann man hier wieder antäuschen kann man machen muss man aber nicht kann man eben nicht machen dreh dich da ja ok ach schade energie verschworen ok dürfte ich auch gleich schon am ende der stage angelangt sein dürfte eigentlich nicht mehr lange dauern da haben wir noch hier diesen presslufthammer heini ja perfekt und ein bisschen energie gesammelt laden den megabuster auf ja und dann ziehen wir direkt schon durch ja das war schlecht gemacht ach man ach scheiße bin ich zu blöd gesprungen scheiße ok da war schon der erste fail ja dann ist schon wieder ein bisschen schwieriger weil man hier nicht weiß wie der kollege rutscht auf jeden fall rutscht er auch wie man gerade gesehen hat ach man mensch alter schwede das ist auch bekloppt so jetzt ist wieder ein bisschen still und jetzt haben wir hier einen neuen bildschirm wenn wir eine waffe bekommen klingt sogar ziemlich cool sieht cool aus glitzert sogar schön schade shadow blade so damit hatten wir den ersten robot master weg so jetzt gucken wir mal wen wir nehmen jetzt nehmen wir hier snake man geht erstmal die rollos runter dann wieder hoch erstmal im porträt und jetzt im sprite und und ja und sogar der hintergrund bewegt sich also die palmen im hintergrund finde ich gut gemacht also megaman 3 habe ich damals auch für den gameboy besessen aber auch eigentlich rennt also den habe ich sogar vor megaman 2 besessen muss man dazu sagen schon eine ganz coole sache das war auch mein mein erstes megaman spiel welches mir richtig gut gefallen hat aufgrund dessen dass wir hier hier mit dem aufladbaren megabaster beigehen können so ah ich bin dann getroffen worden ok hat doch gratis einen miterwischt kein kommentar kein kommentar normalerweise weiß ich nicht normalerweise müsste ich jetzt von oh gott spiel du bist so geil du bist einfach nur geil spiel ich habe gerade nicht gesagt dass ich resetten wollte habe ich auch nicht gesagt ich wollte sagen aber wir tun einfach mal so ja es wurde nicht gesagt es war auch nie der gedanke da zu resetten arschlecken ah scheiße habe ich jetzt hier noch ne shadow nur shadow blade man jetzt geht es aber los hier keine energie nö ach man das musste so gut getimt sein da musste ich immer wieder einen rückzug machen rückzieher machen so es kommt doch mal so eine riesige schlange so dann dürfen wir eigentlich auch nicht mehr allzu lange dafür benötigen okay also eine space ist natürlich blöd jetzt hier euch hier oh 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 kollege hau ab hau ab hau ab hmmm nom dllu hab nach oben und hier haben wir auch endlich mal unser debüt ja von unserem energiespender oder oder unserem item spenden da Aber wir wissen nie, was wir bekommen. So. Ja, das war natürlich klar. Ach, Mann. Ne, jetzt war ich da lieber so. Oh, kommt noch was? Ne. Na, wir sind noch nicht so ganz am Ende. Wirklich? Wirklich jetzt sein Ernst? Killst du den Offscreen? Okay, hier müssen wir wieder ein bisschen Piano machen. Aber lange dauert das jetzt nicht mehr. Auch hier haben wir wieder unsere schönen Energietanks. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt dran bekomme. So, ohne Hilfsmittel. Ne, lassen wir mal sein. Das ist es einfach nicht wert. Oh, Kollege, was machst du denn da mit mir, Mensch? Das ist aber kloppt. Okay. Immer mit der Ruhe. Ich hoffe, jetzt klappt das. Und beim nächsten Robot Master... Ach, kurz. Nase kratzen. Also nicht beim nächsten Robot Master kurz Nase kratzen, Sondern beim nächsten Robot Master... Lass ich mich einmal gehen. Over gehen. Kein Bock jetzt hier, mich mit null Leben da... Das gesamte Spiel rumzuschlagen. Okay. Ach, Mann. Und schon wieder das Gleiche. Schon wieder Offscreen hier fertig gemacht. Ja, voll erwischt. So, geht aber mal hier rüber. Und den lasse ich jetzt links liegen. Das bringt nichts. Ich glaube, hier brauche ich sowieso einen Rushjet. Von daher passt das. So. Leben wäre jetzt was Feines. Ja. Passt das? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt bestimmt noch mal so ein Ding. Nee. Schnell rüber. Schnell rüber. Schnell bei Snakeman rein. In die gute Stube. So, mal gucken. Nee, so, jetzt feuere ich erstmal hier den Kollegen ab. Ah. Okay, perfekt. Mit Shadowman's Waffe hat dann eigentlich ganz gut geklappt. So, jetzt lasse ich mich gleich Game Over gehen. Stürze mich gleich in den Suizid, damit ich wieder mit zwei Leben anfange. Und dann hoffe ich, dass das mit den Fails gewesen ist. Das hat mit den Fails sich erledigt hat. Und da haben wir dann die Schlange. Also Surge Snake und Rush Coil. Okay. Passwort brauchen wir nicht. So, egal, wen wir nehmen. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall gleich, äh, Gemini Man. Denken wir auch. Der teilt sich in zwei. Und, äh, macht gleich doppelt Ärger. So, machen wir jetzt hier, äh, eine Klippe, wo wir uns runterstürzen können. Können wir direkt daneben. So, und Schüss. Stille, Schweigeminute. So, continue. Fangen wir, machen wir direkt weiter. Weil, den wollen wir jetzt so oder so machen. Läääää. So, ja. Trotzdem passen wir jetzt hier sehr gut auf. So, ein drittes Leben wäre jetzt natürlich was Feines. Natürlich will das Spiel, äh, mit diesem Wunsch, sehr, höchst, sehr wahrscheinlich, nicht erfüllen. Und das war Kölsch. Ein Anfall von Kölsch. Okay, Rainer. Okay, schön durch. Schön unten durch. Ist auch neu, dass uns die Pressluft-Heilnies, äh, hier heimsuchen. Ah. Schade erwischt. Okay. Perfekt. Runter da. Abwarten. Ja, passiert natürlich wieder nix. Mhm. Ah, ne, wo kommen wir? Wir holen uns jetzt die Energie hier oben. Den Energietank. Perfekt. Unser erster Energietank im dritten Teil. So, den Weg müssen wir uns hier freischießen. Das mache ich jetzt mal lieber so. Das sieht gut aus. Huch, ne, das wollte ich so natürlich nicht. In der Form. So, so passt das. Ab nach oben. Der war gut. Weil der, weil der, weil das Spiel jetzt so ein bisschen langsamer geworden ist. Habe ich so eine kleine Reaktions, äh, Zeit gehabt. Mehr Reaktionszeit. So, ja. Pinguin. 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 Pinguin Produktionsmaschine. So, komm. Kannst auch gerne jetzt mal sterben. Dankeschön. Bitte, danke. So, da kommt gleich bestimmt noch so eine. Natürlich. Es musste ja so passieren, dass ich mich, ja, auch wieder. Perfekt. Perfekt. Ne. Ach komm. Was soll der Geiz? Rush it all, Rush Coil aufladen. Puh. So, den habe ich jetzt noch überflogen. Ja, ist natürlich klar. Okay, wenigstens ein bisschen Energie bekommen und dadurch wieder verloren. Durch das Arschloch von Libelle. So, da nehmen wir uns jetzt die Schlange. Snakemans Waffe. Dürfte eigentlich, äh, auch hier Wunder wirken. So, mal gucken, wie wir mit dem klarkommen. Ja, er teilt sich natürlich direkt. Hat gut gepasst, wurde zwar ein paar Mal getroffen und, äh, ja. Hat aber im Prinzip sehr gut gepasst. So, jetzt brauchen wir nur noch Sparkman zu machen. Und dann ist er auch schon die erste Hälfte des Spiels durch. Was auch wieder recht schnell gegangen ist. Gemini Laser. Ich weiß nicht, ob dabei auf dem NES nicht zufällig Gemini Beam hieß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch Sparkman vor uns. Das ist dann hier die erste Hälfte der Robot Masters durch. So, ja, klar. Natürlich. Na, klar. Jetzt komme ich noch nie mal durch. Jetzt komme ich durch. Ich habe irgendwie die, äh, Angewohnheit mit einem, äh, voll durchgeladenen Mega Buster, äh, rumzulaufen. Man muss ja gewappnet sein. Man muss ja gewappnet sein. Ja, natürlich. auch nicht. Oh, hier ist wieder. Hier bietet das alles wieder Fail Potenzial. Ach man. Kleiner Herzinfarkt. Incoming. So, nach oben. Dann war ich eine schwere Stelle. Obwohl die nicht schwer ausgesehen hat. Aber, ich weiß nicht, das, äh, das birgt so viel Fail Potenzial. Bei dieser Stelle. Du brauchst nur einen Millimeter, äh, zu, weiß ich nicht. Also, du musst weit genug, äh, weit genug vorne sein, um, äh, den Sprung zu kriegen. Jetzt habe ich erstmal hier die zweite, den zweiten Energietank bekommen. Ja, genauso wie hier. Da muss man natürlich gucken. Das ist auch sehr gut. Ah, trotzdem erwischt, wo ich durchgekommen bin. Was für ein Eiersack. So, wieder runter hier. Ja, hier auch wieder. Ah, herrlich. Herrlich. So. Brauchten wir jetzt eigentlich nicht. Ach man. Da hat man sowieso schon, steht man unter Stress. Und dann landet man noch auf den scheiß Bomben, ey. Okay, das ist okay. Okay. Immer mit Ruhe. Ja. Ah, schon wieder so eine Stelle. Brrrr, herrlich. Also, ein bisschen Herzinfarkt, äh, Gefahr hat man hier bei dem Spiel doch. Okay. Okay. Nicht springen. Auch nicht aus dem Reflex. Nicht springen. Sehr gut. Ah. Mann. Wow, 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 wow. So, jetzt kann man hier, glaube ich, Shadowmans, äh, ne. Ich probiere erstmal den Gemini Laser aus. Kann sein, dass ich jetzt auch ein Leben hier verliere. Waffe. Ah, ne. Shadowmans Waffe. Und hat gut geklappt. Ich meine, ich bin zwar immer kurz davor, äh, den Löffel abzugeben. Aber hat gut geklappt. So, damit hatten wir jetzt die erste Hälfte von Mega Man 3 durch. Und somit so gesehen, wie ich gestern gesagt habe, die Hälfte des Mega Man Marathons. Kleiner Fun Fact. Spark Shock. So. Und jetzt können wir uns freuen auf so eine kleine Zwischensequenz in Dr. Wileys Festung. Die dritte. Scheint der Junge, äh, der Junge, sag ich. Scheint der alte Mann Geld zu haben. Ob die Rente reicht? Keine Ahnung. Oh, jetzt geht's los. Och, ne. 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 Mh, Arschloch. Mh. Das war ein richtiger Troll jetzt. So ein Penner. Wo, 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 wo. So, einmal abwarten. Sehr gut. Boah. Oh, was hat denn so ein riesiges, äh, keine Ahnung wie die Dinger heißen. Ne, riesiges Susi von, 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 von Mega Man, äh, eins weiß ich das noch. Von den Credits. Oh. So. Oh, so ein Zwischenboss. Oh, dann geht's jetzt direkt weiter. In nem Teleporter. Okay. Mhm. Dann war's sogar schon. Und hier sind, äh, vier weitere Robotbosses. So. So. Auf jeden Fall aus Mega Man 4. Also hier hat man wieder Mega Man 3 und Mega Man 4 zusammengelegt. So. Ich fange an mit Skullman. Weiß noch nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist. Weiß jetzt nicht mehr vom NES. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall kriegen wir das irgendwie schon hin. So. Die Gegebenheiten stimmen ja eigentlich. Ein Leben ist noch vorhanden. Vielleicht finde ich ja gleich noch, äh, vielleicht bekomme ich ja gleich noch eins. Ach man. Na komm schon. So. Ja, die können wir natürlich auch. Die waren nur mit dem Mega Buster, äh, quasi erschießen können. Mhm. Na komm. Na komm. Lief gut. Na komm. Ach man. Das war auch ja so ein Arsch-Troll. Na komm. So. Ein bisschen Energie bekommen. Ne. Den lassen wir in Ruhe. Ab nach oben. Und was kriegen wir jetzt? Ja. Leben wär schöner gewesen. Aber gut. Energie kann ich auch brauchen. So. Haben wir Rush Coil. Na. Gucken wir mal. Schön auf die Kante erscheinen lassen. Jawollo. So. Und wieder neuen Energie, äh, Tank bekommen. Hm. So. Hier ist nix. Hier ist einfach mal nix. Und so ein Zwischenraum. Wahrscheinlich, wenn ich, äh, ja, wenn ich wieder verrecken sollte, dass ich da wieder anfange. Ne. Ne. Den lass ich jetzt mal in Ruhe. Ach man. Diese blöden Raupen. Diese blöden Würmchen. Diese blöden Dinger. Was auch immer die darstellen sollen. Ja. Okay. Man. Mensch. Ab nach oben. Okay. Ich bin nix. Wenn ich da jetzt gegen schieße. Okay. Hier brauche ich Rush Coil. Definitiv. Ey. Du bist doch bekloppt. Scheiße. Hier, ey. Ja. Ist auch immer der Zwischen, äh, Raum. Das ist ja der Checkpoint. Der blöde Rush. Ja. Haut der einfach ab und lässt mich da verrecken. So viel zu, äh, der Hund ist treu und sowas. Ein Arsch ist er. Okay. Das hat wieder gepasst. Ich hoffe aber, dass ich da jetzt, äh, wieder weiter gut, weiterkomme. Weiter gut komme. Gut weiterkomme. Meine Güte. Vor lauter Aufregung fehlt mir die deutsche Sprache. So, jetzt aber. Ah, Mann. Ah, jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Ne, ist nix. Oh, was? Ah, was? Da bin ich erschrocken. Das ist neu. Das hatte man vorher glaube ich nicht gehabt. Ach, Mann. So, komm. So, wenn wir den mit der normalen Mega-Mädel haben. Also mit dem unaufgeladenen Schuss, äh, treffen. Dann zerspringt der nur. Und fügt sich dann aber im Anschluss wieder zusammen. So, mal gucken, ob wir den jetzt, äh, so gut killen können. Wie wir uns das erhoffen. Ah, Mann. Schade. Okay, hat gut geklappt. Ach, sage ich bei jedem Robot Master. Aber hat gut geklappt. Perfekt. So, und jetzt werde ich das glaube ich nochmal machen. Hier mit dem, äh, Resetten. Also mit dem Lebenstechnischen Resetten irgendwo abkacken lassen. Was ist besser, als sich so mit null Leben vorzuspielen. Und dann irgendwie wegen der blöden Scheiße abzukacken. Ja. Wir nehmen wir jetzt. Nehmen wir Drillman. Die Bohrmaschine mit Beinen. So, und da lassen wir uns jetzt so oder so abkacken. Ist mir jetzt auch egal. So, komm. Lass mich in Ruhe. Hör mal. Erst möchte ich nicht sterben. Dann werde ich getroffen. Jetzt möchte ich sterben. Jetzt werde ich trotzdem getroffen. So, komm. Und. Weiter geht's. Das war auf jeden Fall geplant, habe ich ja gesagt. Das ist sogar mal, äh, einmal keine Lüge gewesen. Das war also keine Ironie. So. Ah. Perfekt. Und jetzt nehmen wir hier Rush Coil und, äh, sichern unser dritte Leben. Ja, ne, komm. Die überspringe ich jetzt. Sehr gut. Ja, den kann ich jetzt natürlich schlecht überspringen. Hätte ich am liebsten gemacht. Boah. Na? Okay, ich hab schon gedacht, ich bräuchte hier wieder Rush Coil. So. Ah, Energie. Okay. Komm. Sehr gut, das die nicht verschwindet. Das heißt, ich kann schön, äh... Woah, wow, wow, wow. Boah, das knapp. War das knapp. Und, was kriegen wir jetzt? Energie. Okay. Kann das tatsächlich mal nicht geplant. 2 Energie Tanks bekommen. Das war allerdings geplant. Das war wieder geplant. Dann war wieder was nicht geplant. Ein hin und her von geplant und ungeplant. Ja. Okay, der war gut. Kann man echt nicht sagen. Na, komm. Ach Gott. Gott, 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 Gott. Na, hier wieder Rush-Coil. Ja. Ich glaube, der ist ein ziemlicher, äh, ja, ein ziemlicher Sadist, dieser Rush. So, jetzt aber. Na, was kommt jetzt? Haha. Haha. Als ob ich jetzt vorausgeahnt hätte. Okay. Ja, ja. Gibt Schlimmeres. So, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal mit Sparkmans Waffe. Einfach mal probieren. Einfach mal munter rumprobieren, was klappt und was nicht klappt. Und hier ist die Bossmusik auch eine andere. Ne, das klappt gar nicht. Okay. Ist auch nicht wirklich, äh, von großem Erfolg gekrönt. Ne, dann machen wir lieber so, äh, ja, den Megabuster aufladen. Okay, normalerweise, äh, springt der doch nach oben. Ja, genau. So macht der doch, bevor der rauskommt. So, wieder ein bisschen. Jetzt taucht der zwischenzeitlich ab. Okay, auch nicht schlecht. Ging auch ganz gut. Zack. So, und jetzt gehe ich hin und mache, äh, Dust oder Diveman. Ich glaube, Dustman mache ich zuerst und danach Diveman. Und da haben wir die Drillbomb. Ja, perfekt. Läuft gut voran. Und jetzt kommt Dustman. Habe ich ja schon im NES-Part, äh, im, ja, im NES-Teil 4 gesagt, dass es mir das immer an einen Monitor erinnert vom PC, den der da auf den Kopf trägt. Muss ich, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Ja, da ist auch wieder eine Stelle, die zum Failen einlädt. Ach, Mann. So. Na? Ja, wenn man einmal getroffen wird, da landet man direkt im Graben. Okay. Mhm. Sehr gut. Ja, gut. Man wurde einmal getroffen. Ja, war doch schon. Ist jetzt nicht so wild. Oh, das ist aber wild. Das ist aber wild. Das ist sehr wild. Zwei, drei Mal getroffen werden und man ist platt. So. Oh. Schnell hoch. Na, komm. Durchatmen. Durchatmen. Na? Boah, jetzt sieht man an so'n Blödmann da verreckt. Oder wegen so'n Blödmann. Ah. Ja. Und zack. So. Genau, jetzt kommt die Stelle wieder. Genau wie im NES. Boah. Die sehr für den Arsch ist. Also, wenn ich jetzt da bei den niedrigeren Dingern bleiben würde, dann würde ich, dann könnte ich mich als plattgedrückt betrachten. Na, die schieße ich mir lieber gleich mal frei. Weil ich muss wahrscheinlich noch ein, zwei Mal zurück. So, ja. Ah. Okay, das lief gut. Mal ein bisschen zur Seite gehen, weil wegen sowas, äh, geht man dann hops. Mhm. Lieber runterklettern. Man weiß ja nie, ne? Ja, wegen sowas nachher, ne? Ah, jetzt kommen die wieder. Ja. Ach, darf ich schon wieder den Energietank verbrauchen? Da bin ich hier richtig nothaft, habe ich das Gefühl. Ah, da könnte man auch wieder gucken, ob wir das Leben bekommen. Ja, aber man sieht, diese Dinger lassen sich mit der Drillbomb aufsprengen. Das heißt, ja, man hat sich so ein bisschen Weg gespart, so ein bisschen, äh, Gefahrenzone, Gefahrenpotenzial eingespart. Perfekt. Und da ist auch schon so ein kleiner Indikator dafür, dass man, äh, hier die Drillbomb verwenden kann. Und? Ne, keine Blöcke. So. Stattdessen Rush Coil. Zweimal. Damit wir hier hochkommen. Oh. Ja. Das hätte natürlich auch ins Auge gehen können. Okay. Ich habe schon gedacht, der respawnt da wieder. So, wo gehe ich jetzt lang? Ich gehe mal hier links lang. Okay. Ja. Ja. Hm, naja. Hm. So, dann gehe ich jetzt mal hier. Ja, 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 ja. So. Drillbomb. Gut, dass ich noch vier Leben habe und jetzt zum Glück vorm Boss bin. Selbst wenn ich jetzt hier ablippeln sollte, starte ich wieder einen Raum davor. Na, das ist blöd. Da kommst du mit deinem Saugstauber. Na, jetzt werde ich hier wieder angesaugt. Okay. Perfekt. Einen haben wir noch und dann geht's weiter. Und zack. Wie heißt das Ding jetzt? Dust? Dust Cannon. Ne, Dust Crusher. Ja, okay. Und jetzt haben wir endlich auch den Rush Jet bekommen. Das heißt, äh, ja. Mehr gibt es, glaube ich, nicht. Oder hier, äh, ich glaube, durch den bekommen wir noch Rush Marine. Für Unterwasserparts. Hier, hier, der athletisch gebaute Diveman. Mit dem Schnorchler im Kopf. Das sieht aus wie so Industrieunfälle, ey. Na, hier ist auch wieder sehr viel, sehr, sehr viel Fehlpotenzial. Okay. 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 Ah, da rutschen wir mal lieber. Ah, Mann. Hier müssen wir natürlich springen. Hier können wir sogar so hoch springen, dass wir in das nächste Ding ins Hoch kommen. Ja, jetzt lohnt sich die Energie wenigstens. So, ja, haben wir Zwischenraum. Ja, hier ist glaube ich der Zwischenraum. Ja, jetzt haben wir hier wieder den Dicken. Na, haben wir ja so einen Wal, okay. Perfekt. Und... Ach, Mann. Ah, hier wieder. Ja, Timing abpassen. Timing. Timing gekillt zu werden. Okay. Ja, das musste ja so kommen. Okay. Das sollte uns jetzt nicht unbedingt zurückwerfen. Da, du warst schuld. Oh, du warst schuld. Oh, du warst schuld. Zack. Zack. Und jetzt einmal rüber. Ja, jetzt haben wir hier wieder den kompletten Kontrast. Zum zweiten Megaman Teil. Nahezu unbeschadet überstanden. Dafür legt der dritte Teil hier wieder einiges zu. Okay. Immer mit Ruhe. Was haben wir jetzt hier? Leben. Ach, das bringt doch nichts. Kann er mir nicht einmal das geben, was ich auch wirklich brauche? Ja, das sieht gefährlich aus. Dann müssen wir gut abpassen. Ja, natürlich. Genau. So, hier müssen wir ein bisschen warten. Damit wir ein kleines bisschen Platz haben, damit wir ein bisschen weit kommen. So, da warte ich jetzt wieder bis das Wasser nach oben geht. Sicher ist sicher. Genau wie hier. Ah, dann lieber ein bisschen warten. Genau. Ah, da warte ich jetzt am besten. Ja, ne. Das kenne ich schon. Ach, das ist doch nicht wahr, ne? Ist das ernsthaft dein, 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 dein Ernst? Ja, es ist ernsthaft sein Ernst. So. Ja, das Spiel, äh, weiß ich nicht. Also, ich fand das immer angenehmer. Aber, weiß ich nicht. Ich hab trotzdem da eher gefehlt als, ähm, in vielen anderen Mega Man-Spielen. Ja. 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 Ja, jetzt kommt der natürlich nicht mehr, weil ich den ausgeschimpft hab, den Mistbeutel. So, einmal abwarten. So. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wohl sogar nicht getroffen. Ja, das hätte besser gepasst. Ja, ne, da warte ich lieber. Ich kenne mein Glück. Und da ich jetzt noch ein verschissenes Leben habe. Beziehungsweise ein Null verschissene Leben habe. Das kenne ich mein Glück. Oh, 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 das ist nicht gut, das ist echt nicht gut. Das Spiel steht gerade, weiß ich nicht, das Spiel spielt gerade gegen mich, habe ich das Gefühl. So, ich mache mal lieber ein Safe State. So. Ja. Wäre beinahe knapp geworden. Das heißt, es wäre beinahe blöd ausgegangen, knapp wahret. So. Ne, machen wir nicht. Wir machen jetzt hier, äh, Dust-Dust-Menswaffe. Ich hoffe, dass das jetzt hier so gut wie sonst auch immer klappt. Boah, Mann! Ja, genau. Oh, es hat fast geklappt. So. Jetzt kommen wieder hier diese dreckigen Dinger. Jetzt muss ich hier wieder die dreckigen Dinger drehen. So. Na komm. Also, Raketenausweichen ist schon ein guter Tipp. So. Gucken wir mal. Also, der wird auch von dem Schotter hier getroffen. Okay. Nein! Okay, ich muss mal irgendwas anderes probieren. Neh, ich mach mal Skull-Menswaffe. Gucken wir mal. Klappt sogar besser. Boah! Das hat sogar besser geklappt. Mann, 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 Mann. So. Jetzt haben wir acht Robot-Bosses durch. Und gleich lasse ich mich nochmal, äh, so dermaßen sterben, dass ich wieder auf zwei Leben komme. Du meine Güte. Das ist ja auch wieder hier ein Hickkack, ne? Ne, kein Rush mehr. Kein Rush Marine. Okay. So. Und jetzt sind wir hier wieder bei Doktor Wiley angekommen. Okay, diesmal kein Zwischenboss. Na, was kommt jetzt? Oh, oh. Da haben wir wieder so einen, äh, neuen Robot-Boss. Oh, Kreissäge. Wie heißt der Kreissäge? Kreissägen-Man oder was? Chainsaw-Man. Auf jeden Fall laden wir uns hier auf. Und dann gucken wir mal, was kommt. Okay. Ach, der sägt sich durch, äh, durch die Wände. Na dann. Okay. Der war, äh, ziemlich leicht. Dafür, das hat, äh, so ein besonderer Robot-Master gewesen sein soll. Und bekomme ich jetzt, äh, seine Waffe wenigstens. Jo. Jo. Bekomme ich es aber. Nicht schlecht. Jetzt dürfte er dann aber auch in die heiße Phase gehen. Screwcrusher. Mhm. Ja, Passwort brauchen wir eh nicht. Und da kommt dann wieder. Doktor Wiley mit seinem Untertässchen. Aber diesmal fliegt er nicht ins Weltall. Sondern hat sein Schloss, äh, im Wasser aufgebaut. Okay. Na dann, na dann. So. Kann ich mich jetzt hier irgendwo sterben lassen? Bitte. Na. Na komm, kann mich auch verrecken. Kann 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 auch verrecken. Komm her. Komm. Komm at me, bro. So. Fertig. So. Und? Na ja, es bleibt ja nur Kontinue, ne? So. Diesmal passe ich ein bisschen besser auf. Boah, ich hasse das immer. Dieses Timing passt nie wirklich. Entweder zu früh oder zu spät. Ah, siehste. wieder zu spät. Boah. Durch. So. Jetzt gehen wir einfach nach unten. Gleich kommt wieder so ne Stolperscheiße, denke ich mal. Gleich kommt wieder so ne Stolperscheiße, denke ich mal. Tja, das geht doch nicht. Das kann doch nie wahr sein. In der Ruhe liegt die Kraft. So. Okay. Okay. Konzentrieren. Schön konzentrieren. Jetzt gehen wir hier durch. Passt schon irgendwie. Oh, jetzt geht es hier aber los. Ah, hier muss ich glaube ich Rushjet nehmen. Jep. Oh, Alter. Ich kann den nicht nach oben oder nach unten steuern. Okay. Blöd. Ich kann ihn nicht vorwärts steuern. Ich kann ihn auch nicht. Ja, nee, ist klar, Kollege. Ist klar. Schon klar. Ja, ganz doof die Dinger. Ja, perfekt. Und da warte ich jetzt erstmal ab, bis ich hier durch kann. Mhm. Weil wenn das schnappt, macht das Auer. Zum Glück nicht erlebt, aber kann schnell passieren. So, schön weit nach oben. Und dann gleich mal zwischendurch ein... Boah. Ein Safe-Sale setzen, ist klar. Du meine Güte. So, Safe-Sale setzen. Arschgeleckt. Das gleiche, was bei, äh, Skullman war. So. Oh. Perfect. Oh, 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 oh. Na. Okay, der war sehr gut, sehr gut platziert. Das war auch sehr gut. Das war auch sehr gut. Jetzt komme ich nochmal alles, was Rang und Dahmer hat, habe ich das Gefühl. Okay, gucken wir mal, ob wir im Sprung, jawoll, ein Energietank haben wir uns auf jeden Fall gesaved. Und was bekommen wir? Noch einen Energietank, schön. So, Safestate gesetzt und runterfallen lassen. Na, schade, es gab nicht so das, was wir gebrauchen können. Hm, Mensch, da haben wir ein bisschen Energie. Okay. Ja, nehmen wir nochmal Rush Coil und holen uns die Energie. Sieht gut aus, jawoll. So, jetzt sind wir auch endlich mal angekommen. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Schon wieder dieses Ding. Okay, 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 alles gut, alles gut. So, Safe State und durch. Das ist natürlich wieder total fair. Ja, und ich werde natürlich von einem dieser Funken natürlich getroffen. Das ist klar. So, man merkt jetzt schon, hier ist wirklich die heiße Phase des Spiels. Also, man kann es echt nicht anders, man kann es sich echt nicht mehr weiter ausdenken. So, und, was kommt jetzt? So, hm. Ähm, ja. Ja, Safe State machen. Okay, ist jetzt natürlich nicht mehr so viel Energie, die wir hier bekommen können. Aber ich nehme alles an Energie, was ich bekommen kann. So. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal. Okay, da ist gut. Sparkdings friert das alles ein. Okay, du darfst auch gerne mal, äh, abnippeln. Du darfst jetzt nicht, dich tausendmal treffen zu lassen. So. Und los geht's. Und was kommt jetzt? Wow. Gucken wir mal. Ja, wie soll ich das denn machen? Okay. Okay. Mann. Spring doch. Ah, okay. Der lässt sich wirklich nur treffen mit dem aufgeladenen Mega-Buster. Das geht natürlich nicht anders. Okay. Ich hab den Dreh schon, eigentlich schon raus. Schön in die Augen. Ach, Mann. Okay. Wie wird das nicht die letzte Phase des Gegners sein? Oder doch? Oder auch nicht? Okay, was kommt jetzt? Na, was kommt jetzt? Mal lieber in Angriffshaltung gehen. Ah, okay. Und da gehen wir jetzt hin und nehmen uns, äh, die Waffe von dem Robot Master von eben. Was auch nicht mal wieder heiß. Mhm. Okay. Ah, sieht gut aus. Okay, jetzt ist er aber hoffentlich geglättet. Ja, hört sich so an. Und er bettelt schon wieder. Dies war der sogar, weiß ich nicht, ich meine, er hat einen dunkleren Hautton als in den letzten Hörspielen. Okay, was ist jetzt? Was ist los? Muss ich doch noch was machen? Ja. Okay, auf jeden Fall ist, äh, die, ja, die Basis schon mal zerstört. Und versinkt im Wasser. Und Dr. Wiley türmt wieder. Muss ich ihn jetzt noch weiter bezwingen, oder war's das? Och, ne, er ist abgeschmiert. Mit seiner, äh, Totenkopfwolke. Wunderschön. Ja, die weinende Totenkopfwolke. Ich glaub, das war's dann mit, äh, dritte Runde Dr. Wiley. Jo, und wir sind hier in den Credits gelandet. Wunderbar. Und ist auch deutlich angenehmer gewesen von der Musik her. Ich meine, hier bin ich zwar wieder, äh, vermehrt, abgenippelt, aber okay. So passt das, kann passieren. Ich mein, ich bin ja auch, ich kann ja auch das Rad nicht neu erfinden. Ja, und damit hätten wir auf jeden Fall Part 3 des Mega Man Marathons durch. Jetzt haben wir eigentlich nur noch zwei Teile vor uns. Äh, vier und fünf, klar. Und, ähm, ja. Die werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen angehen. Vielleicht morgen den nächsten schon. Aber keine Ahnung. So, jetzt lassen wir auf jeden Fall erstmal die Credits durchlaufen. Dada. Okay. Na dann. Boah, das war auf jeden Fall wieder etwas schwieriger als Part 2. Aber zum Glück schaffbar. Okay, Hammer Joe. Ich wollte schon die ganze Zeit sagen, äh, wie heißt der nochmal? Aber, okay, das Spiel sagt uns jetzt wieder heiß. Okay, ja, die waren auch nervig. Mhm. Ja, die waren auch nervig. Wann alle nervig. Was will ich mal kurz ruhig? Was will ich mal kurz ruhig? Wasn't der devo öffla? Has es war? Ja. Was? Oh, ja. Nhcamp. Oh, ja. Ja. Warum? Oh, ja. Pickelmann, ok. Pickelmann, Pickelmann, Pickelmann. Skullmett. Oh, lecker. Skullmett. Mann, das muss ich jetzt sagen. Ah, jetzt sind wir hier bei den Robot Master angekommen. Oh, lecker. Okay, Punk hieß der. Ja, sieht doch so ein bisschen so aus. Hm. Unterdingen heißt Eddie, der Energiespender, der Mülleimer. Der laufende Mülleimer heißt Eddie. Ah, dürfte jetzt gleich eigentlich vorbei sein. Ah, er ist wieder in seiner Heimat angekommen. Guckt schön nach oben. Und wann kommt wieder diese Thank You For Playing Nachricht? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall beenden wir hiermit die dritte Runde des Mega Man Marathons. Ja, mit dem Part, also mit dem Mega Man Teil 3. Welches mir sehr großen Spaß gemacht hat. Ja, und wie es die chronische, die chronologische Reihenfolge, chronisch sag ich schon, die chronologische Reihenfolge so will, wird der nächste Part, Part Nummer 4 sein. Ja, wann der kommen wird, kann ich euch allerdings nicht sagen. Ich werde den aber versuchen, so schnell wie möglich durchzudrücken. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Abend. Bis bald. Bleibt gesund. Wascht euch die Hände. Und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis bald. Euer Last Exit. 1988. Tschüss.